Mit einem kräftigen Lä-Lä-Lä begrüßt euch der Eiholzer Anruf recht herzlich aus der Kantner Lochsturm. Wir sind mitten drin in der Forschungszeit, das heißt, da kommen wir schon langsam den Höhepunkt entgegen. Wird nichts dauern, ist der Forschungsamstag da? Ja, und da rührt sich natürlich was im Vierlach. Da sind alle Leute maskiert und alle haben ein paar Gäude unterhält's. So wie auch mein bekanntes Ehepaar, die haben sich auch wieder ein Kostüm gekauft, aber jeder für sich selber, damit am Samstag eine Überraschung ist. Und so ist der Forschungsamstag gekommen, er hat sich schon in sein Zimmer drin verkleidert, sagt sie, du, weißt du was, ich werde aber heute nix mitgehen, ich hab so eine Migräne, ich habe Migräne, ich habe mir gerade eine Tabletten genommen, ich werde mich leider niederlegen, gehst halt heute einmal allein. Naja, er war nix beleidigt, ist halt eine ins Trubel, eine ins Park hat halt zum Prinzen geschnast, ja, gerade gekauft, und sie ist noch drei Stunden, bis sie munter waren, Kopf überweg, oh, war sie wieder kurz beinahnt, sagt sie, die werden wir jetzt anziehen und halt mal schauen, was der Lothar treibt am Forschungsgeschnast. Richtig, war es ja ein ins Park hat, ja, er, und man kupft, auch die Händler hergerießt als Nächste, und umgeheult, und der Gaudekopf, und getanzt, wie es letztendlich gegangen ist. Ja, natürlich hat sie sich zurückgemacht zu ihm, und dann hat nix gedauert, hat sie dann in der Obstückkammerle gezeigt, aber dann ist dann rund gegangen, mein Lieber, die haben sie getrieben mit deinem Opa. Ja, und dann ist sie halt gleich gespielt wieder heim, ein ins Bett, hat ein Buch hergenommen, hat nix gedauert, ist der Lothar nachgekommen. Fragt sie ihn gleich, na und, hast du Spaß gehabt, hast du eine Rade gehabt, hast du dich gut unterhalten? Sagt er, ah, nein, ich hab ein paar Freunde getroffen, und wir haben mir nachher gemeinsam Karten gespielt, weil was, wenn du nicht mit bist, hab ich eh keine Rade. Aber ein Freund, der, der mein Kostüm ausgeliehen hat, der hat sich kästlich amüsiert. Ja, so geht's zu auf der Leibühne, vielleicht, gell? Ja, genau so, kästlich amüsiert hab ich mich, wie ich in Rheinland zugekucht hab, die aus dem Hauptplatz, waren sie fest verkleidet, dort nah, haben sie halt umgeredet, über diesen Refrain, sagt sie, kannst du dir vorstellen, mein Freund, der ist ja so ein Ducker, der kauft mir ein Fotoapparat, obwohl ich nicht fotografieren kann. Sagt die Zweite, ja, meiner ist aber auch nix gescheiter, der hat mir einen Laptop gekauft, obwohl ich mich beim Computer überhaupt nix auskenn. Ja, und meiner, ja, stimmt, mei, könntest du euch vorstellen, meiner kauft mir einen Deorola, obwohl er genau weiß, dass ich keinen Führerschein hab. Ja, kein Führerschein hat aber auch einer Heinze gehabt, er war schon einige Jahre verheiratet, und die Mutter hat nicht mehr zuschauen können, wie der unter dem Patofel gelitten hat, und hat sich ihm ein Buch gekauft, wie wird man her im Haus. Oh, das hat er genau studiert, von vorne bis hinten durchgelesen, und eines Tages beim Frühstück sagt er, so, und jetzt, ab heute, wirst du das kochen, was ich gern essen tue. Und nachher auf der Nacht beim Fernsehschauen werden wir das anschauen, was ich gern anschauen, das Programm. Und nachher, kannst du dir vorstellen, was glaubst du dir, was da noch ist, morgen in der Früh? Wir werden lassen, wir werden mich waschen, wir werden dann ziehen. Sagt die Frau, ich weiß schon, die Leute von der Bestattung. Ja, mit einem kräftigen Lele, möchte ich mich für Hilfe abschieben. Macht's gut, bleibt schön gesund, auf Wiederschauen, führte euch, bis zum nächsten Mal, sagt euch Eura, EURZER, ANULF, LELE!